Willkommen beim Credere Channel, dem Kanal für das freiwillige Grundeinkommen mittels Komplementärwährung Credere. Dieser Kanal versorgt euch mit Informationen rund um die Entwicklung und den weiteren Fortgang, was die Einführung von Credere angeht und natürlich auch mit verschiedenen Überlegungen, Gedanken und Auswirkungen für die Gesellschaft, für die persönliche Freiheit, wie sich ein Wirtschaftssystem dann mit oder ohne Credere verhalten wird. Ich wünsche einfach viel Spaß beim Stöbern und auf bald!